Fiat-Geld und Inflation, Teil 2 2. Wer Geld schaffen darf und wer nicht Die Politiker lieben das Easy Money, weil sich der Staat und seine Machtelite damit beliebig verschulden können, ohne jemals an eine Rückzahlung denken zu müssen. Roland Bader Nachdem nun geklärt ist, was Geld ist, können wir uns mit der Frage beschäftigen, wie Geld entsteht. Interessieren dürfte sie auch, wer heute Geld produzieren darf und wer nicht. Und wie das Ganze im System verborgen ist. Bereits in der Einführung haben wir erwähnt, dass sich die Geldmenge M2 seit Einführung des Euro in etwa verdoppelt hat. Wenn wir schreiben, seit Einführung des Euro, dann lässt das auf den ersten Blick vermuten, die Geldmenge würde erst ausgeweitet, seit es den Euro gibt. Das ist eine Irrtung. Auch zu Zeiten der Deutschen Mark wurden die Geldmengen ausgeweitet. Allerdings wuchsen die Geldmengen gewöhnlich nicht ganz so schnell, wie das in den vergangenen Jahren der Fall war. Aber wie vermehrt sich die Geldmenge überhaupt? Im ersten Schritt wollen wir die sogenannte natürliche Geldproduktion betrachten. Natürlich ist in dem Sinne zu verstehen, als die Geldmenge in einem reinen Warengeldsystem, beispielsweise im Falle von Gold und Silber, nur um die Menge neu und frei geförderten Edelmetalls wächst. Denn jeder darf im freien Markt nach Gold und Silber suchen. Da das Aufspüren von Gold- und Silberhaltigen Gesteinsschichten schon immer sehr aufwendig war und es heute noch ist, vom Herauslösen der Edelmetalle ganz zu schweigen, waren die Wachstumsraten der Edelmetallgeldmengen historisch schon immer sehr niedrig. Gerade diese Knappheit machte aus Gold und Silber ja so exzellente Tauschmittel. Die Produktion und Aufbereitung der Edelmetalle wurde in der Vergangenheit stets von Goldschürfern und Goldschmieden übernommen. Unter dem Aspekt, dass Geld ein Gut ist, eben das Gut mit der besten Absatzfähigkeit, haben Goldschürfer und Goldschmiede nichts anderes getan, als ein Gut herzustellen. Gegen diese Form der Geldproduktion gibt es, wie gegen jede andere, nicht eigentumsverletzende Güterproduktion rein gar nichts einzuwenden. Sollte es in einem auf Edelmetallen basierenden Geldsystem jemandem gelingen, beispielsweise künstliches Gold auf synthetischem Wege herzustellen und es käme auf diesem Weg zu einer deutlichen Ausweitung der Gold und somit der Geldmenge, würden die Marktteilnehmer mit hoher Wahrscheinlichkeit von Gold abrücken und sich einem anderen Geld zuwenden. In einem freien Markt, in dem sich Menschen ohne jeden Zwang und ohne staatliche Eingriffe auf ihr Geld einigen, wäre dies ein völlig normaler und gewinnbringender Prozess. Kehren wir zunächst wieder gedanklich zurück in unsere kleine Stadt. Mittlerweile hat es dort beim Tauschmittel Gold Verbesserungen gegeben. Ein Goldschmied hatte erkannt, wie beliebt die Goldblättchen als Zahlungsmittel geworden sind und kam auf die Idee, die Goldblättchen der Marktteilnehmer einzuschmelzen und daraus Münzen zu prägen. Um die durch den Einsatz von Gold wesentlich einfacher gewordenen Tauschgeschäfte noch weiter zu vereinfachen, prägte er Münzen mit den Gewichtseinheiten 1 Gramm, 5 Gramm, 10 Gramm, 50 Gramm und 100 Gramm. Von den Menschen verlangte der Goldschmied für seine Arbeit eine Prägegebühr. Die Menschen in unserer Stadt haben sich mittlerweile daran gewöhnt, mit Gold ihre Handelsgeschäfte abzuwickeln. Sie schätzen es sehr, ihre Waren nicht mehr direkt, sondern indirekt über Goldmünzen zu tauschen. Der Tauschhandel hat deutlich zugenommen und alle sind deutlich wohlhabender geworden. Das einzig Störende ist, dass alle stets ihr Gold zu Hause herumliegen haben. Es ist schon vorgekommen, dass jemand sein Gold verloren hat und es gab schon Einbrüche. Bis einer der Marktteilnehmer, wir wollen ihn einfach A nennen, eine Geschäftsidee hat, nämlich eine Dienstleistung anzubieten, mit der genau diese Probleme gelöst werden können. A bietet den Menschen an, ihr Gold sicher aufzubewahren. Er lässt in seinen Geschäftsräumen einen Tresor einbauen und jedem, der ihm sein Gold zur Verwahrung anvertraut, stellt er einen Lagerschein aus, auf dem die genaue Goldmenge vermerkt ist. Durch die Lagerung in einem großen Gemeinschaftstresor kann er die sichere Aufbewahrung auch recht günstig anbieten. Für seine Dienstleistung stellt er eine Lagergebühr in Rechnung. Die Menschen sind bereit, diese Gebühr zu entrichten, müssen sie doch künftig nicht mehr ständig ihr Gold bei sich zu Hause lagern. Die Risiken, es zu verlieren oder Opfer eines Diebstahls zu werden, verringern sich. Der Lagerschein lässt sich leichter verstecken. Natürlich kann jeder jederzeit zu A gehen und sich wieder die entsprechende Menge Gold aushändigen lassen. Eine einfache und geniale Idee. Absolute Voraussetzung ist natürlich, A muss das Vertrauen der anderen Marktteilnehmer genießen. Sein Ruf muss über jeden Zweifel erhaben sein. Einem Halunken würde niemand sein Gold anvertrauen. Würden Sie Ihr Geld zu einer Bank bringen, der Sie nicht vertrauen? Das Geschäftsmodell von A funktioniert. Viele Menschen bringen ihr Gold zur Verwahrung und nehmen ihre Lagerscheine in Empfang. Sobald sie einen Kauf tätigen wollen, holen sie ihr Gold ab. Denn die Verkäufer wollen keinen Papierschein, sondern wahres Gold haben. Sie trauen dem Braten noch nicht. Der Verkäufer trägt es dann wieder zur Verwaltung zu A und erhält seinerseits einen Lagerschein. Nach und nach beginnen die Verkäufer jedoch auch, die Lagerscheine selbst als Zahlung zu akzeptieren und tauschen sie bei A gegen Gold ein. Da A immer liefern kann, sparen sie sich schließlich sogar den Eintauschweg. Die Scheine beginnen zu kursieren und dienen bald statt des Goldes selbst als Zahlungsmittel. In Klammern gleich Geld. Denn jeder der Marktteilnehmer weiß, dass er jederzeit mit einem Lagerschein zu A gehen kann und die Einlösung in Gold fordern kann. A ist natürlich aufgefallen, dass kaum ein Marktteilnehmer seinen Lagerschein in Gold einlöst. Der allergrößte Teil des Goldes liegt stets im Tresor. A überlegt nun, ob und wie er diese Tatsache zu seinem Vorteil nutzen könnte. Seine Überlegung. Er könnte ins Darlehensgeschäft einsteigen. Nehmen wir an, der Spielwarenhändler S hinterlegt bei A 100 Gramm Gold. S erhält dafür einen Lagerschein über 100 Gramm Gold. A erliegt nun der Versuchung und verleiht 90 Gramm des Goldes von S in bar an den Häuslerbauer H. Bum. Warum? Haben Sie es gemerkt? Ein beinahe transzendentaler Akt. In diesem Moment ist aus dem Nichts neues Geld entstanden. Bevor S sein Gold hinterlegte, waren es 100 Gramm Gold. Nun hat S einen Lagerschein über 100 Gramm Gold. Er glaubt, vollkommen gerechtfertigt, dass er über 100 Gramm Gold verfügt. Denn der Lagerschein ist in seinen Augen und denen der Marktteilnehmer so gut wie Gold. Es ist ja ganz sicher in A's Tresor verwahrt und immer eintauschbar. Er wird den Lagerschein auch eventuell für Käufe verwenden. Gleichzeitig verfügt H über 90 Gramm Gold in bar. Beide zusammen glauben mit gutem Recht, über 190 Gramm Gold zu verfügen und handeln dementsprechend. Die Geldmenge ist in diesem Augenblick um 90 Prozent gestiegen. Das Geld schaffen wird noch deutlicher, wenn wir uns vorstellen, dass A das Darlehen nicht in physischem Gold auszahlt, sondern einfach einen zusätzlichen gefälschten Lagerschein über 90 Gramm ausstellt. Der Effekt ist derselbe. Der neue Geschäftsbereich von A hat schnell Erfolg. Seine Darlehensangebote werden von den Marktteilnehmern gerne angenommen. Um zuvor ein Darlehen zu bekommen, muss da ein anderer bereit sein, eine bestimmte Zeit auf sein Gold bzw. seinen Lagerschein zu verzichten. Das ist ab sofort nicht mehr nötig. Die Lagerscheine entstehen ja quasi aus dem Nichts. Außer Papier und etwas Tinte braucht A nichts zu deren Herstellung. Welch ein geniales Geschäftsmodell. A stellt Lagerscheine aus dem Nichts her, vergibt diese als Darlehen, die sogar teilweise mit physischem Gold zurückgezahlt werden und am Ende streicht er noch Zinsen dafür ein. Er muss nur aufpassen, nicht zu viele Darlehen zu vergeben. Warum? Die Marktteilnehmer könnten sonst Verdacht schöpfen und merken, dass immer mehr Lagerscheine in Umlauf sind. Und bestimmt wissen sie schon, was dann passieren könnte. Die Menschen würden das Vertrauen in A verlieren und dann genau das berühmte Wort mit den drei Buchstaben, nachdem mit der Vorgabe von Bank an Sturm in fast jedem Kreuzworträtsel gefragt wird. Run. Die Menschen würden zu A rennen, um ihre Lagerscheine in physisches Gold umzutauschen. Klar ist auch, dass die letzten von ihnen leer ausgehen würden, schließlich sind ja nur noch Teile der Lagerscheine mit Goldreserven hinterlegt. Die logische Folge aus den Geschäften von A. Die Geldmenge steigt. Zum einen kursieren die Lagerscheine, die ursprünglich gegen die Hinterlegung von Gold ausgestellt wurden. Hinzu kommen nun die zusätzlich im Moment der Darlehensgewährung ausgestellten Lagerscheine. Die Konsequenzen hieraus werden uns später noch beschäftigen. Jedenfalls ist eines klar festzustellen. Die von A betriebenen Darlehensgeschäfte stellen einen Missbrauch von der ihm von seinen Kunden anvertrauten Werte dar. Er bedient sich des Eigentums anderer und verletzt dadurch deren Eigentumsrechte. Sein Verhalten ist schlicht und einfach kriminell. Sie haben sicher bemerkt, dass die Geschäfte, die A betreibt, den Geschäften unserer Banken heute durchaus ähnlich sind. Man kann sogar sagen, dass das Unternehmen von A eine Bank ist. Einlagen annehmen und daraus Darlehen vergeben, das sind die wesentlichen Merkmale einer Bank. Bestimmt haben sie auch bemerkt, dass sich bis hierher immer noch kein Staat und immer noch keine Regierung in das Geldgeschehen eingemischt und in irgendeiner Weise mitgewirkt haben. Noch nicht. Doch beobachtet hat man das Geschehen schon. Warum und vor allem wie haben sich aber nun Staaten und Regierungen im Laufe der Geschichte die Geldproduktion Schritt für Schritt zu eigen gemacht? Das Warum ist schnell geklärt. Wir haben es bereits im ersten Kapitel erwähnt. Sparen ist bei Politikern unbeliebt. Eher das Gegenteil ist der Fall. Wer die Bevölkerung bei Laune halten will, Stimmen kaufen oder Wahlversprechen einhalten will, der muss viel Geld in die Hand nehmen. Aber woher nehmen? Steuern sind nicht gerade beliebt. Zeigen sie doch, dass Staatsausgaben und Wahlgeschenke auch Kosten verursachen und nicht vom Himmel fallen. Das würde sich zur Lösung von Geldproblemen also besser eignen, als selbst an der Produktion von Geld beteiligt zu sein. Das Wie zu klären dauert kaum länger. Für einen Staat, der auf seinem Territorium quasi der Entscheider der letzten Instanz ist, ist es relativ einfach, die bankwirtschaftliche Geldproduktion zum eigenen Vorteil zu missbrauchen. Stellen wir uns vor, A hat es mit der Überausgabe von Lagerscheinen überreizt. Nach einer Boomphase kommt es zu einer Flaute. Mehrere Darlehensnehmer können ihre Kredite nicht mehr bedienen. Die Leute beginnen an der Solvenz von A zu zweifeln und ihre Scheine in Gold einzutauschen. Sein Gold-Tresorraum leert sich immer schneller. Aus einem Rinnsaal wird ein reißender Fluss. A muss die Auszahlungen schließlich einstellen. Die Kunden sind empört und bringen ihn vor Gericht. Im Prozess entscheidet der in der fernen Hauptstadt residierende König. A's Vergehen sei gar nicht so schlimm. Seine Kunden könnten sich doch ein wenig gedulden. Nach und nach werde A das Geld schon zurückzahlen. Die Kunden sind erzürnt, aber A bleibt im Geschäft. Nach und nach erholt sich die Wirtschaft und A erhält sogar neue Goldzuflüsse. Er überlegt sich gerade, ob er es wieder wagen soll, Darlehen durch Ausstellen neuer, ungedeckter Lagerscheine zu vergeben, als der König anfragen lässt, ob er nicht ein zinsgünstiges Darlehen erhalten könne. Der Krieg zur Verteidigung des Landes ist schließlich teuer. Natürlich kann A da nicht Nein sagen und gibt dem König ein Darlehen, indem er Lagerscheine fälscht. Und so beginnt das Spiel von Neuem. Es entwickelt sich eine unheilige Allianz zwischen Staat und Bankensystem. Der König verteidigt die Rechte der Bankkunden nicht, sondern erlaubt A sogar, Geld aus dem Nichts zu schaffen. Im Gegenzug landet ein Großteil des neu geschaffenen Geldes beim König, beim Staat. Zur Illustration sollen hier nur zwei kurze Beispiele aus der Geschichte Erwähnung finden. Eine berühmte Bank, die keine Teilreservebank war, war die Bank von Amsterdam, gegründet im Jahr 1609. Rund 170 Jahre lang waren dort alle Kundeneinlagen stets 100%ig gedeckt, voll mit Gold hinterlegt. Theoretisch hätten alle Kunden der Bank von Amsterdam zeitgleich auftauchen und ihre Einlagen zurückfordern können. Ein Bankrun wäre hier kein Problem gewesen. Die Bank genoss unter den Anlegern höchstes Vertrauen. Bis in den 1780er Jahren, wie könnte es anders sein, die Stadt Amsterdam Geld benötigte, um ihre Ausgaben im vierten Englisch-Niederländischen Krieg zu decken und die Bank aufforderte, der Stadt Teile der Reserven, also der Kundeneinlagen, als Darlehen zu geben. Das zweite Beispiel ist die Bank von England, die im Jahr 1694 rein zum Zwecke der Finanzierung von öffentlichen Ausgaben gegründet wurde. Auch hier kam es, wie es kommen musste. Die Bank von England brach schließlich dennoch zusammen, trotz ihrer privilegierten Rolle als Bank der Regierung, ihres Monopols der begrenzten Haftbarkeit in England und ihrer exklusiven Berechtigung zur Notenausgabe. So ist es in der Studie, Geld-, Bankkredit- und Konjunkturzyklen des Wirtschaftswissenschaftlers Jesus Huerta de Soto nachzulesen. Bei diesen Beispielen aus der Geschichte ist allerdings ein wesentlicher Unterschied zum heutigen Bankwesen zu beachten. Auch wenn nur Teile der Einlagen als Reserve zurückbehalten wurden, bestanden diese damals noch aus Gold. Somit waren der Geldschöpfung aus dem Nichts zumindest natürliche Grenzen gesetzt. Ein Geldschein verkörperte quasi einen Anspruch auf Einlösung in echtes Geld, also Edelmetalle. Kam es zum Bankrun, musste Gold vorgelegt werden, ansonsten drohte der Zusammenbruch. Und Gold kann man nicht drucken. Die Gefahr des Goldabflusses war somit eine wichtige Bremse für die Geldproduktion aus dem Nichts. Als Bank durfte man es nicht zu bunt treiben, denn die Kunden konnten jederzeit die Einlösung in Gold fordern. Den Anspruch auf Edelmetallauszahlung gibt es heute nicht mehr. Wenn Sie sich kurz an die Rede von Bundesbankpräsident Jens Weidmann erinnern. Heutiges Geld ist durch keinerlei Sachwerte mehr gedeckt. Banknoten sind bedrucktes Papier. Die Kenner unter ihnen wissen, dass es sich im Fall des Euro eigentlich um Baumwolle handelt. Nur schnell mal zwischendurch. Gönnen Sie sich doch mal den Spaß und schicken Sie einen 5-Euro-Schein an die Europäische Zentralbank. Legen Sie einen netten Brief bei und bitten Sie um Einlösung des Geldscheines. Wenn Sie überhaupt Antwort bekommen, dann wird man Ihnen ebenfalls einen netten Brief zurücksenden, beigefügt einen anderen 5-Euro-Schein als Einlösung. Die Geschichte jedenfalls nahm ihren Lauf und Sie können nun auch Hayeks Aussage verstehen, dass die Geschichte des staatlichen Umgangs mit Geld eine Geschichte von unablässigem Lug und Betrug ist. Die Ursprünge der sehr innigen Komplizenschaft von Staat und Bankwesen zu beiderseitigem Nutzen, einer Symbiose gleich, liegen lange zurück. So weit zurück, dass mittlerweile mehrere Generationen kein anderes Geldsystem als das jetzige kennen und daher auch kein Zweifel an dessen Berechtigung hegen. Diese Erkenntnisse hat Ludwig von Mises bereits 1940 in seinem Werk Nationalökonomie dargelegt. Der Grundzug der Bankpolitik der Regierungen war nicht Beschränkung, sondern Förderung der Umlaufmittelausgabe. Anmerkung, mit Umlaufmitteln meint Mises die Lagerscheine aus unserem Beispiel, die durch Kreditvergabe in Umlauf kommen. Man hat Banken privilegiert, weil man zur Verbilligung des Kredits die Grenzen, die die Bankfreiheit der Kreditausweitung setzt, hinaus verlegen wollte oder weil man für die Staatskassen unmittelbare Vorteile erlangen wollte. So weit Ludwig von Mises. Die Regierungen selbst haben als Letztentscheider Gesetze erlassen, um genau die Geschäfte, die wir in unserer Geschichte bei Goldaufbewahrer A als glasklaren Betrug erkannt haben, zu legitimieren. Im Gegenzug erklärten sich die Banken bereit, mit dem aus dem Nichts in Form von Kredit entstehenden Geld zur Finanzierung der Staatsausgaben und der Staatsdefizite beizutragen. Letztlich war die Einführung von Papiergeld ein wesentlicher Faktor, dass Regierungen sich Schritt für Schritt die Herrschaft über das Geldwesen aneignen konnten. War es früher eine Aufgabe, von privaten Goldschmieden, Gold- oder Silbermünzen zu prägen, erzwang sich der Staat das Monopol hierauf. Private Geldanbieter wurden mehr und mehr aus dem Markt gedrängt, notfalls per Gesetz. Und um noch mehr Geld schöpfen zu können, wurde die Bindung von Geld zu Gold immer mehr gelockert. Die Leute wurden vom Bar-Gold-Gebrauch entwöhnt. Durch gezielte Gesetze und Anreize wurde der Notenumlauf gefördert, der Eintausch in Gold immer weiter erschwert. Die Menschen gewöhnten sich nach und nach an das Papier. Gegen Ende des Zweiten Weltkriegs im Jahr 1944 hatte man zunächst noch das System von Bretton Woods geschaffen. Ein US-Dollar stellte für eine ausländische Notenbank einen Herausgabeanspruch von ein Fünfunddreißigstel Unze Gold dar. Privatpersonen hatten indes keinen Anspruch darauf, in Gold ausgezahlt zu werden. Man bezeichnete dieses System auch als Gold-Devisen-Standard. Doch es hatte lediglich Bestand bis zum Jahr 1971. Wir erwähnten das bereits im ersten Kapitel. Und warum konnte es nicht aufrechterhalten werden? Weil wieder einmal Politiker deutlich mehr Geld ausgegeben hatten, als ihnen zur Verfügung stand. Selbst die winzige und indirekte Goldbindung im Bretton Woods-System beschränkte die Politiker noch zu sehr in ihren Ausgabeorgien. Also musste sie weg. Seit 1971 leben wir weltweit in einem reinen Papiergeldsystem, in dem Geld theoretisch ohne jegliche Begrenzung vermehrt werden kann. Bei einem Bankrun stellen begrenzte Goldreserven jetzt kein Problem mehr dar. Man druckt jetzt einfach unbegrenzt neues Geld. Wie schön wäre es doch, wenn wir alle bei diesem Spiel mitspielen dürften. Doch Staat und Banken sind Spielverderber und wir müssen draußen bleiben. Die Notenbanken werden gerne auch als Lender of Last Resort, also als Kreditgeber oder auch Retter der letzten Instanz bezeichnet. Ein Retter in der Not, der einspringt, wenn die Banken in Not geraten, beispielsweise wenn zu viele Kunden zur gleichen Zeit ihre Einlagen abheben möchten. Im Falle der im Jahr 1913 gegründeten amerikanischen Notenbank wurde der Retter letzter Instanz auf Betreiben der Banken installiert. Denn die Bankiers sind ja nicht dumm. Sie wissen, dass bei einem Bankrun ohne Notenbank das lukrative Spiel aus ist. Daher liegt es in ihrem Interesse, dass es eine Notenbank gibt. Und es ist gut zu wissen, dass eine Notenbank unbegrenzt Liquidität bereitstellen kann, wenn Probleme sich abzeichnen. Derart abgesichert, können die Banken noch aggressiver neues Geld schaffen. In einer wettbewerblichen Geldordnung, bei der der Staat seine Hände nicht im Spiel hat, wäre eine Notenbank übrigens völlig überflüssig. Sie wissen jetzt, wie und warum sich Regierungen auf der ganzen Welt dieses geradezu geniale Geschäftsmodell, neues Geld aus dem Nichts entstehen zu lassen, angeeignet und kopiert haben. Sie haben per Gesetz das Geldmonopol an sich gerissen und genießen nun gemeinsam mit dem gesamten Bankensystem die Vorteile des Geldschöpfens und Gelddruckens. Was halten Sie von dem Monopol? Dürfen Sie Geld drucken und davon Vermögenswerte kaufen? Nein, aber die Zentralbank macht's. Dürfen Sie Geld am Computer schaffen und anderen auf Ihren Konten gutschreiben und dafür Zinsen kassieren? Nein, aber die Banken dürfen's. Wieso dürfen die das und wir nicht? Halten Sie das für gerecht? Kann eine gerechte Gesellschaft auf so einem System basieren? Das Nachdenklich Machende ist, dass das gar keinen aufzuregen scheint. Die Leute demonstrieren eher für einen Krötenbahnübergang als für ein privates Geldsystem. Bis jetzt zumindest. Jetzt aber wollen wir ganz konkret untersuchen, wie im Bankensystem Geld entsteht. Machen Sie bitte bei Gelegenheit doch mal einen Test und fragen Sie einen Freund oder einen Bekannten, ob er weiß, wo die permanent steigenden Geldmengen herkommen. Die Antwort, die Sie erhalten werden, wird mit fast 100%iger Sicherheit lauten, die Notenbank druckt das Geld oder das Geld wird von der EZB gedruckt. Die Antwort ist ja sogar teilweise richtig. Es stimmt, die Notenbanken drucken Geld. Allerdings kaum noch in Papierform, wie man es von Bildern aus Zeiten der Weimarer Hyperinflation 1923 kennt, wo die Menschen Geldbündel mit Schubkarren durch die Gegend fuhren. Notenbanken lassen Geld heute vielmehr elektronisch entstehen, quasi in Form von Bits und Bytes. Das ist schließlich noch billiger. Dafür braucht es nicht mal mehr Papier und Tinte, wie bei A in unserer kleinen Stadt. Die Notenbanken verwenden dieses elektronische Geld, um es in das Bankensystem fließen zu lassen, zur Unterstützung des Kreditgeschäftes oder Verbesserung der Liquidität, wie dann in offiziellen Presseerklärungen verlautet. Notenbanken schaffen Geld hauptsächlich aus zwei Gründen. Einmal, um das Bankensystem zu retten, das ja auch die Politik indirekt finanziert, und zweitens, um den Staat ganz direkt zu finanzieren. Dies geschieht, wenn Notenbanken direkt die Anleihen, also die Schulden des Staates abkaufen. Die Regierung bekommt dann eine Überweisung direkt in die Staatskasse. Dafür wandern Staatsanleihen zur Notenbank. Das Geld stammt direkt aus der Notenpresse, also genauer aus dem Computer. In der Fachsprache heißt das übrigens monetisieren. Das klingt furchtbar vornehm, aber besser wird es dadurch nicht. Regierungen beauftragen ihre Notenbank mit dem Drucken von Geld, lassen sich dieses Geld anschließend überweisen und kaufen damit alles Mögliche. iPads für Abgeordnete, eine neue Luxuslimousinenflotte für den Fahrdienst des Bundestages oder sie retten irgendwo irgendein Land vor dem Bankrott mit dem Argument, dies sei alternativlos. Die allermeisten Menschen glauben, dass neues Geld nur bei den Notenbanken entsteht. Das ist ein Irrglaube. Im Gegenteil. Der weitaus größte Anteil des Geldmengenwachstums findet im Bankensektor selbst statt, auch bei ihrer Sparkasse oder Genossenschaftsbank um die Ecke. Deshalb der nächste Test, gerne wieder anzuwenden bei jemandem, den sie kennen. Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird sich folgende Konversation ergeben. Was macht eigentlich deine Hausbank mit dem Geld, das du auf dem Girokonto hast? Die arbeitet damit. Ja, aber was macht die Bank genau? Die legt es an. Okay, aber wie legt die Bank das Geld an? Weiß ich nicht. Warum steht das Geld denn noch auf deinem Konto, wenn die Bank damit arbeitet? Weiß ich auch nicht. Du hast dein Geld auf dem Girokonto? Warum auf dem Girokonto? Weil ich es vielleicht kurzfristig wieder benötige. Ist es denn in Ordnung, wenn deine Bank mit deinem Geld arbeitet, was auch immer sie damit anstellt, wenn du es vielleicht kurzfristig wieder benötigst? Eigentlich nicht. Ist mir aber egal. Solange ich es jederzeit holen kann. Angesichts solcher Unklarheiten wird es höchste Zeit, reinen Tisch zu machen. Wir leben in einem Teilreserve-Banksystem. Das bedeutet, ihrer Bank ist es von höchster Stelle also staatlich per Gesetz erlaubt, ihr Geld zu verleihen. Sie muss lediglich die sogenannte Mindestreserve vorhalten und die liegt, halten Sie sich fest, bei einem Prozent. In Worten ein Prozent. Wir nehmen an, sie haben 10.000 Euro in bar auf ihrem Girokonto, auf ihrem Tagesgeldkonto oder Festgeld eingezahlt. Das spielt keine Rolle. Ihre Bank darf hiervon theoretisch 9.900 Euro ausleihen. Lediglich 100 Euro muss ihre Bank als sogenannte Reserve in bar vorhalten oder auf einem Konto bei der Notenbank parken. Die Bank handelt also genauso wie A in unserer Stadt, der jedoch eine 10-prozentige Reservequote vorhielt, als er von 100 Gramm Gold 90 Gramm als Darlehen verlieh. Jetzt können Sie natürlich gerne wieder einwenden, das ist mir egal, solange ich es jederzeit abheben kann. Lassen wir das zunächst einfach unkommentiert zu stehen. Es wird Ihnen, wenn Sie dieses Buch zu Ende gelesen haben, sicher nicht mehr egal sein. Nehmen wir nun an, dass Ihre Bank 7.000 Euro der 10.000 Euro auf Ihrem Girokonto an Ihren Nachbarn verleiht. Der unterschreibt einen Darlehensvertrag bei der Bank und schaut am nächsten Tag am Kontoauszugsdrucker nach, ob man ihm das Darlehen schon gut geschrieben hat. Sie treffen ihn zufällig im Foyer der Bank. Er hat seinen Kontoauszug bereits ausgedruckt. Das Darlehen wurde ihm auch schon gut geschrieben und sein Kontostand beträgt 7.000 Euro. Sie drucken Ihren Kontoauszug ebenfalls aus. Auf Ihrem Konto befinden sich nach wie vor 10.000 Euro. Wäre das Geld nicht mehr in Gänze da, würden Sie auch sofort protestieren, oder? Addieren Sie jetzt bitte, das ist schnell gemacht, 7.000 Euro plus 10.000 Euro, das sind zusammen 17.000 Euro. Bevor Ihr Nachbar seinen Darlehensvertrag mit der Bank abgeschlossen hatte, existierten aber nur Ihre 10.000 Euro. Sie geben sicher zu, dass nun völlig zu Recht die folgende Frage gestellt werden darf, ja gestellt werden muss. Woher stammen die 7.000 Euro, die es kurz zuvor noch gar nicht gab? Die Antwort ist so kurz wie unglaublich. Aus dem Nichts. Sie sind gerade eben wieder Zeuge geworden, wie neues Geld erschaffen wurde. Welch ein ergreifender Moment. Sie wissen jetzt, wie Geld entsteht und können verstehen, warum unser Papiergeld Fiat-Geld oder auch Fiat-Money genannt wird. Die Lateiner unter Ihnen, und das kleine Latinum reicht hierfür vollkommen aus, haben natürlich schon übersetzt. Fast jeder kennt den kurzen, aber bedeutungsvollen Satz aus der Bibel, als Gott die Erde erschuf. Fiat Lux, was übersetzt heißt, es werde Licht. Fiat Geld, es werde Geld. Sie können an dieser Stelle noch nicht abschätzen, welche bedeutsamen, natürlich negativen Auswirkungen dieser Geldschöpfungsvorgang auf die Kaufkraft Ihres Einkommens, Ihr Vermögen, somit auf Ihr Leben und, weil Sie nicht alleine auf dieser Welt sind, letztlich auf die ganze Gesellschaft hat. Aber Sie werden es in diesem Buch erfahren. Versprochen ist versprochen. Glauben Sie eigentlich, das Spiel sei hier zu Ende? Keineswegs. Kommen wir noch einmal kurz auf den neuen Kontostand Ihres Nachbarn zu sprechen. 7.000 Euro. Wovon wir ausgehen können, ist, dass er von diesem Geld sicherlich eine Anschaffung tätigen wird. Einen Kredit aufzunehmen, um das Geld anschließend auf dem Konto stehen zu lassen, ist eher unverständlich. Er hat also eine Anschaffung getätigt, etwa sich eine neue Küche einrichten lassen und wird das Geld an den Verkäufer überweisen. Das Geld landet schließlich auf dem Girokonto des Kücheneinrichters. Bei der gleichen Bank oder bei einer anderen Bank, das spielt überhaupt keine Rolle. Jedenfalls kann der Geldschöpfungsakt hier neu beginnen. Nehmen wir an, von den 7.000 vom Kücheneinrichter eingezahlten Euro verleiht die Bank nun 5.000 Euro an einen Autokäufer, dem es auf seinem Girokonto gutgeschrieben wird. Rechnen wir nun wieder zusammen. Auf Ihrem Kontoauszug stehen unvermindert 10.000 Euro. Auf dem Konto des Kücheneinrichters stehen 7.000 Euro. Und auf dem des Autokäufers stehen 5.000 Euro. Wird der Autokauf getätigt und zahlt der Verkäufer bei seiner Bank die 5.000 Euro ein, kann das Spiel in die nächste Runde gehen. Nehmen wir weiter an, die Bank des Autoverkäufers gibt einen Konsumentenkredit über 3.000 Euro an einen Kunden, der sich einen neuen Fernseher kaufen möchte. Nach dem Kauf zahlt der Fernsehverkäufer den Betrag auf seinem Girokonto ein. Nun stehen auf den Girokonten schon 10.000 plus 7.000 plus 5.000 plus 3.000 Euro. Aus 10.000 Euro sind 25.000 Euro geworden. Und wir können die Reihe hier noch weiter fortführen. Aber das dürfte nicht nötig sein. Wir wollen ja nicht Ihre und unsere Zeit verschwenden. Sie sehen schon, dass die Reihe noch eine ganze Zeit weitergeht, aber dass die Beträge immer kleiner werden. In unserem Beispiel haben wir relativ hohe Reservequoten angenommen. Von den 10.000 Euro werden im ersten Schritt ja nur 7.000 Euro verliehen. Es gibt also eine Reservequote von 30%. Nehmen wir die in der Eurozone geltende Mindestreserve von nur einem Prozent, werden von 10.000 Euro zunächst nicht 7.000 Euro, sondern bis zu 9.900 Euro, dann 9.801 Euro, dann 9.702 Euro und so weiter verliehen. Mathematisch handelt es sich hier um eine Reihe mit konvergenter Summe. Aus 10.000 Euro kann so im Extremfall eine Million werden. Das Bankensystem hat dann 990.000 Euro aus dem Nichts geschaffen und hält eine Barreserve von 10.000 Euro. Ihr 10.000 Euro, also ein Prozent. Erklärt man dieses Geldsystem, wird an dieser Stelle häufig eingewendet, dass doch durch die Anschaffung oder Investitionen, die jemand mit dem erhaltenen Kredit tätigt, neue Güter entstehen oder einfacher ausgedrückt Wirtschaftswachstum entsteht. Mag sein. Jedenfalls werden wir Ihnen in diesem Buch noch beweisen, dass man nicht aus nichts nachhaltigem Wohlstand schaffen kann. Ist auch schwerlich vorstellbar. Das wäre auch zu schön, um wahr zu sein. Sie können dieses Wir-machen-Geld-aus-dem-Nichts- und schaffen-dadurch-Wohlstand-Modell ja mal ganz logisch zu Ende denken. Wir schaffen einfach Milliarden und Milliarden neues Geld und verteilen es an alle. Bald bräuchte niemand mehr zu arbeiten. Sie nicht, wir auch nicht. Sie wissen, dass das nicht funktionieren kann. Bei unserem staatlich monopolisierten Zwangsgeldsystem handelt es sich um den größten Betrug der Menschheitsgeschichte. Moment, wir müssen doch noch exakter formulieren. Es handelt sich um den größten Betrug an den Bürgern. Und wenn sich, wie in der Einleitung bereits erwähnt, Ihr Kontostand seit der Einführung des Euro nicht verdoppelt hat, dann gehören auch Sie zu den Betrogenen. Sie werden betrogen, indem man Sie der Kaufkraft Ihres Einkommens und Ihres Vermögens beraubt und sich damit an Ihrem persönlichen Eigentum vergreift. Und dies geschieht im Verborgenen und verschleiert, dabei doch institutionalisiert und so komplex, dass es kaum jemand versteht. Ganz deutlich formulierte es einmal Henry Ford, 1863 bis 1947, der Gründer der Ford Motor Company. Er sagte, wenn die Menschen wüssten, wie unser Finanz- und Geldsystem funktioniert, hätten wir eine Revolution noch bevor der nächste Tag beginnt. Wir fassen zusammen. Unser heutiges Geld entsteht aus dem Nichts. Der weitaus größte Teil neuen Geldes entsteht nicht bei den Notenbanken, sondern im Bankensystem selbst. Unser Geld ist entmaterialisiert, es ist an nichts mehr gebunden. Die Geldproduktion ist staatlich reguliert und monopolisiert. Der Staat hat die alleinige Gewalt über die Geldproduktion. Der Staat und die ihn finanzierenden Banken sind die privilegierten Geldproduzenten.